Wenn es den Golfstrom nicht gäbe, wäre es bei uns in Tirol so kalt, dass die Elche aus Kanada alle hierher kämen. Und wenn alle Menschen in den Vereinigten Staaten einmal auf- und abspringen, die Nordkette wird trotzdem nicht umfallen. Andererseits, wenn bei uns alle gemeinsam auf der 1 klatschen, spielen sie in New Orleans garantiert den Kaiserjägermarsch. Und wenn man die Transip rund um Tirol legt, dann könnte man zwar 13 Mal rundherum fahren, wird aber trotzdem nie in Russland ankommen. Und wenn das ganze Salz aus dem Toten Meer statt in Israel auf unseren Pisten wäre, dann könnten wir alle wunderbar Wasserski fahren. Und wenn Galileo Galilei in Italien nichts von einem Turm geworfen hätte, wüssten wir nicht einmal, warum es auf der anderen Seite vom Brenner schneller runter geht, als auf der einen rauf. Und wenn der Paul Flora in Frankreich aufgewachsen wäre, wären zwei berühmte gallische Helden wohl Räther geworden. Und Cäsar einer aus Vindobona. Und wenn wir euch jetzt sagen, dass es in Tirol einen Ort gibt, wo man perfekt informiert wird, wie man in all diesen Ländern studieren, forschen und lernen kann, und welche internationalen Netzwerke die Uni Innsbruck hat, dann müsst ihr uns glauben. Es gibt ihn nämlich In Innsbruck, in der Altstadt Herzog-Friedrich-Straße 3 Claudiana International Total zentral Ah, und die wissenschaftlichen Vorträge und kulturellen Veranstaltungen. Ah, ganz vergessen. Aber das wäre jetzt eh zu viel Information gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank.